So Leute, ich habe für euch heute ein paar wichtige und dringende Updates mitgebracht. Einmal kurzfristig und auch langfristig für Bitcoin. Wir werden uns allerdings heute nicht nur über Bitcoin unterhalten, sondern wir schauen uns heute auch noch Ethereum an. Wir werfen einen Blick darauf, was wir in der nahen Zukunft erwarten können. Und selbstverständlich sprechen wir noch darüber, was die Wale gerade machen. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, dann lasst uns auch direkt mit den Charts anfangen. Was wir sehen können ist, dass nachdem wir an der orange-fammenden Box abgeprallt sind, da trennen wir jetzt immer noch abwärts. Wir hatten hier diesen massiven Fehlschlag, als wir versucht haben, über die orange-fammende Linie bei 48.200 Dollar zu brechen. Und in diesem Moment sitzen wir genau an der Unterstützung bei 47.000 Dollar. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 5-4-Stunden-Kerzen direkt auf diesem Unterstützungslevel. Die große Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wird dieses Unterstützungslevel auch kurzfristig in der Lage dazu sein, den Bitcoin-Preis oben zu halten? Ich habe das Ganze jetzt mit so einem großen Fragezeichen versehen, weil es immer noch danach aussieht, genauso wie wir ja schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, dass die Wale versuchen, den Bitcoin-Preis nach unten zu drücken. Sie versuchen, euch dazu zu bringen, Bitcoin direkt am Boden zu verkaufen. Das ist im Grunde genommen der ganze Zweck von dem, was die Wale im Moment tun. Ist ja auch etwas, was wir schon ausführlich besprochen haben. Deshalb will ich das jetzt nicht noch einmal wiederholen. Von einem technischen Standpunkt aus, da halten wir im Moment dieses Level und sollten wir tatsächlich einen Breakout, einen Breakdown sehen, dann haben wir natürlich noch die große Unterstützung bei 45.000 Dollar und bei 42.000 Dollar. Das bringt mich jetzt auch wiederum zu diesem Chart. Das ist jetzt auf dem Daily Chart und ihr wisst, genauso wie wir auch erwartet haben, dass diese abfallende, orange-fammende Linie hier eine Unterstützung auf dem Daily Chart sein wird. Genau das ist sie dann auch gewesen. Wir können hier sehen, dass sie den Bitcoin-Preis zweimal unterstützt hat und ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Doch wenn ich einmal die Moving Averages dazu einschalte, dann wusstet ihr auch darüber Bescheid, dass ich eigentlich wollte, dass wir wieder über die blaue Linie kommen. Ich habe gesagt, ich möchte eben nicht sehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis nur mal einen kurzen, schnellen Weg über diese blaue Linie haben. Letztendlich, dass wir dort wieder nach unten gehen und auch darunter schließen. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, hierbei handelt es sich um den 200er-Tage-Durchschnitt. In diesem Moment sind wir darunter und eben nicht nur unter diesem Level, sondern auch unter diesem nach unten gerichteten Unterstützungslevel. Das einzige, was auf dem Daily Chart jetzt noch übrig bleibt, also in diesem Chart, das ist die abwärts gerichtete, orange-farbene Linie. Die liegt jetzt in diesem Moment bei rund 45.500 Dollar. Ich habe jetzt auch, naja, kürzlich gesagt, dass das 45.000 Dollar Level ganz allgemein eine starke Unterstützung für uns ist. Sollten wir allerdings einen Breakdown hier sehen, dann brechen wir eben nicht nur durch wichtige kurzfristige Unterstützung, sondern auch langfristige Unterstützung. So, jetzt lasst uns nochmal zu diesem Chart hier gehen. Den kennt ihr bereits, aber es ist wie gesagt wichtig zu wiederholen, weil es eine entscheidende Linie ist. Das ist der Punkt, den wir auf gar keinen Fall überschreiten wollen. Lasst uns zum Daily Chart gehen. Also hier, da können wir sehen, dass wir weiterhin unterstützt werden. Und auch hier liegt die Unterstützung bei rund 45.500 Dollar. Also nochmal, ja, wir haben hier definitiv ein wichtiges Unterstützungslevel. Und nicht nur das, sondern auch auf diesem Chart hier. Auf diesem Chart haben wir diese aufwärts gerichtete Unterstützung, die hier einen Keil bildet. So, ganz allgemein, ein Wedge, achso, und das ist auf dem Wochenchart, das bedeutet, das ist super wichtig darauf zu achten. Auf jeden Fall ist so ein Rising Wedge ganz allgemein ein bärisches Pattern. Das bedeutet, in der Regel bricht es eher nach unten aus als nach oben. So ungern ich das sage, ich muss es sagen, weil es Tatsache ist. Rising Wedges ganz allgemein brechen eher nach unten als nach oben. Es handelt sich deshalb, wie gesagt, um ein bärisches Pattern. Natürlich müssen sie nicht nach unten ausbrechen, trotzdem, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Dann haben wir jetzt noch bei 46.000 Dollar dieses Unterstützungslevel. Kombiniert man jetzt diese 46.000 Dollar Marke mit diesem massiven Rising Wedge, was wir haben, zusammen mit dem abwärts gerichteten Unterstützung hier auf dem Wochen- und auch Daily Chart bei rund 45.500 Dollar und nicht zu vergessen noch diese Linie hier, auch bei 45.500 Dollar auf dem 4-Stunden-Chart und auch auf dem Daily Chart. Zu guter Letzt haben wir dann noch die orangene Linie bei 45.000 Dollar. All das zusammen bedeutet jetzt, dass wir auf gar keinen Fall das 45.500 Dollar oder im Grunde genommen das gesamte 45.000 Dollar Level nach unten durchbrechen wollen, denn sollten wir das machen, dann werden wir wahrscheinlich ein paar ziemlich schnelle und heftige Kursbewegungen nach unten erleben. Das Ding an der ganzen Sache, genauso wie ich vorher gesagt habe und wie ich jetzt nochmal wiederholen möchte, solange das Ganze hält, ist es einfach nicht tradbar. Denn ja, definitiv könnte das Ganze auch halten und tatsächlich kommen wir öfter mal zu solchen wichtigen Unterstützungsleveln nach unten und wenn das Ganze hält, dann kann es auch wieder nach oben gehen. Das Ganze haben wir jetzt im Grunde genommen den gesamten Sommer über gesehen, als wir bis auf 30.000 Dollar gesunken sind. Da sind wir auf diese wichtige 30.000 Dollar Unterstützung gefallen. Da haben die Leute erwartet, dass wir direkt bis auf 10.000 Dollar fallen würden. Aber nein, die massive Unterstützung bei 30.000 Dollar hat gehalten und ja, was dann passiert ist, habt ihr ja gesehen. Neues Allzeithoch. Aus diesem Grund, bis wir diese Unterstützung nicht tatsächlich nach unten durchbrochen haben, erwarte ich erstmal, dass sie hält. Aber ja, wir sind ziemlich nah dran und vor allem auch viel zu nah dran, um sich wirklich wohl zu fühlen. Das mag jetzt alles ein bisschen bärisch klingen. Habe ich denn vielleicht auch ein paar gute Neuigkeiten für euch mitgebracht? Ja, habe ich und da werde ich auch gleich drüber sprechen. Doch bevor wir das Ganze machen, falls ihr euch den Lux-Algorithmus sichern möchtet, dann habt ihr jetzt noch zwei Tage Zeit, um diesen wirklich massiven Lifetime Deal für euch zu nutzen. Lifetime Deal bedeutet, ihr müsst nur einmal bezahlen und könnt dann den Lux-Algorithmus ein Leben lang benutzen und müsst eben keine monatlichen Zahlungen leisten. Den Link zum Ganzen gibt es selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. So, dann kommen wir jetzt mal zu den guten Neuigkeiten für Bitcoin. Dieser Chart wurde im Übrigen von Trader of the North gepostet. Was wir jetzt hier sehen können, ist vor allem etwas, was wir für gewöhnlich sehen. Und was er hier meint ist, können wir ein bisschen reinzoomen, kann ich das überhaupt machen? Ein bisschen, okay. Also was wir jetzt hier sehen können, ist, dass wir diese Art von Dreieck oder Falling Ratch gebildet haben. Ein Falling Ratch ist jetzt das Gegenteil zu dem Rising Ratch, worüber wir ja vorhin gesprochen haben und diesen für gewöhnlich Bullish. Das bedeutet, wenn wir in so einem Ratch nach unten trennen, dann ist das für gewöhnlich Bullish und wenn wir nach, wo haben wir das denn? Also, wenn wir wie hier nach oben trennen, dann ist das für gewöhnlich bärisch. Da wollte ich jetzt nur noch einmal kurz darauf hinweisen. Aber, okay. Wir konsolidieren jetzt auf jeden Fall genau hier. Wir hatten einen Breakout und jetzt gerade sehen wir einen Retest von diesem Wedge. Wenn wir jetzt allerdings mal, ähm, also wenn wir mal zu September zurückgehen, da hatten wir ein ähnliches Falling Wedge, aus dem wir ebenfalls nach oben ausgebrochen sind. Und auch davor hatten wir ein ähnliches Falling Wedge. Wir sind hier konsolidiert. Ähm, im Grunde genommen den gesamten Sommer über. Dann hatten wir das Breakout, den Retest und sind nach oben geschossen. Dann bilden wir wieder einen Wedge, sehen einen Breakout und schießen nach oben. Die große Frage, die sich jetzt stellt ist, werden wir hier das gleiche sehen? Naja, solange wir diese massiven Unterstützungslevel nicht nach unten durchbrechen, bin ich persönlich auf jeden Fall weiter Bullish für Bitcoin. Okay, was machen denn die Wale im Moment? Naja, sie schicken immer noch eine ganze Menge Bitcoin an die Exchanges. Tatsächlich sogar immer noch die Mehrheit der Bitcoin, die an die Exchanges transferiert wird, die kommt weiterhin aus der Quelle von den Wahlen. Was haben sie jetzt vor? Naja, ich bin mir sicher, wir werden das schon ziemlich bald herausfinden. Für Ethereum sieht die Situation folgendermaßen aus. Wir finden Unterstützung bei 3684 Dollar. Wir haben momentan schon eine ziemlich ordentliche Korrektur für Ethereum gesehen. Aber das Gute daran ist, dass wir immer noch diese orangefarbene Box haben. Genau bei rund 3300 Dollar. Das bedeutet, sollten wir nochmal einen stärkeren Dropper leben, dann haben wir diese orangefarbene Box, die für gewöhnlich den Preis von Ethereum oder jedem anderen Assets auch weiter oben hält, sobald wir uns dem Ganzen nähern. Deshalb passt auf jeden Fall auf diese massive Unterstützung von Ethereum aus, sollten wir weiter nach unten fallen. Ich persönlich werde dann auf jeden Fall in ein Trade einsteigen. Zu guter Letzt jetzt nochmal ein ganz schnelles Update zu den traditionellen Märkten, die ja heute noch getradet werden. Und dann kommt das Neujahr und ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie sie das Wochenende über getradet werden. Ich glaube allerdings, dass sie, so wie ganz normal, auch Sonntagabend wieder öffnen werden. Es sei denn natürlich, es gibt hier irgendeine Art von Feiertag bei den traditionellen Märkten, den ich nicht kenne. Aber ich glaube, glaube zumindest, keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, ich werde euch selbstverständlich darüber auf dem Laufenden halten. Wir sehen gerade zwei rote Kerzen, kein Grund zur Sorge. Wir sind immer noch auf Allzeithochniveau bei den traditionellen Märkten, deshalb mache ich mir, was das angeht, schon mal keine Sorgen. Wir müssen jetzt nur erstmal sehen, dass die Situation mit Bitcoin sich löst. Das, was auch immer die Wale in diesem Moment im Schilde führen, dass das zu Ende geht. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich tierisch darüber, wenn ihr liked, kommentiert, das Video mit euren Freunden teilt. Und selbstverständlich wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.